Es gibt bei den Jägern für jede Wildart eine besondere Fanfare. Und wir könnten jetzt also die ganze Reihe der Wildarten durchmachen. Wir haben also einige herausgenommen. Es war die Sau, zu deutsch Wildschwein. Und es kommt ein nächstes Signal, das heißt Dammhiersch. Es ist der Hirsch, der etwas kleiner ist als der Rothirsch im Bodenwald. Er hat diese Schaufel im Geweih statt der Krone und er hat eine wunderbare Melodie auch als besondere Fanfare. Er hat diese Schaufel im Geweih statt der Krone und er hat diese Schaufel im Geweih statt.